Liebe Immobilieninteressenten, mein Name ist Bela Klenzer und ich bin Schauspieler und Musiker. Und ich habe in meinem Leben schon eine ganze Menge Makler kennengelernt, aber noch keiner war so effizient, so liebenswert und so kompetent wie Ben Tayyip von BTI Immobilien mit einem fantastischen Team. Mir wurde wirklich ganz toll geholfen mit meiner Immobilie und deswegen alle Leute da draußen, die vorhaben, ein neues Objekt zu kaufen, ihr Objekt zu verkaufen, zu mieten oder zu vermieten, geht zu BTI Immobilien, denn Ben wird euch auf eine großartige Art und Weise helfen. In diesem Sinne, alles Liebe, danke nochmal und bester Service ever.